Ey, das ist doch nicht mehr... Nein, ernst jetzt? Der kann ja Toxic nicht dafür, deswegen fahr ich wieder einfach weg. Ja, ich fahr auch einfach mal hier vorbei. Gilly, du darfst, mein Boss hat nicht vertrauen. Bonsoir, boi, muchachos und einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch von den Lusos, ich bin der Deko. Und wir zocken, GTA Custom Map Rennen, dieses Mal ein Truck Parcours, wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. 80% Weiterempfehlungsrate, wird ganz cool sein. Mit von der Partie ist der Mabossa und auch wieder der Toxic, wie gestern schon versprochen. Hallöchen. Hallöle. Was episches, einmaliges, was wir noch nie zuvor hatten. Und das sieht doch jetzt schon mal pornös aus. Oh, das sieht schon mal so aus, als würde es hier vorne direkt wieder Beef geben. Ja. Ich will vor. Ich warte. Ich will vor, Mann. Ich will vor. Mann. Oh, es klappt sogar. Oh, ich nicht, Alter. Ich hab's echt. Aber meine, ich gebe meine jetzt noch da. Nee, das wäre zu wichtig. Wie hast du es direkt geschafft, Mann? Ha, 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 ha. Äh, oh. Okay, ich bin schon direkt vorne irgendwann gekackt. Ich will mal gucken, ob ich die Kamera vielleicht mal anders fahre. Nee, ich muss noch hinten nach, ich muss so einen Ansprung teilnehmen. Nein. Ey, du bist so ein bisschen, du kommst doch vor, Mann. Du hast dein Problem. Oh. Was ist das? Ich komm hier gar nicht rüber. Wie komm ich hier weiter? Ja, Arschkasse. Ach, so. Alter Schwede. Alter. Lol. Okay. Wow. Ah. Du schiffst doch nicht mit Haftpumpen, Mann. Ey. Was hab ich mit meinem Scheiß schreit zu tun? Nein. Ihr miesen Wichser. Ich hol mir hier gleich mein, 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 mein Klopfer. Ey, Mann. Wilco, verzieh dich doch mal von da. Ja, ich muss hier erstmal wegkommen. Ich kann euch nicht vertrauen. Er hat doch welche Scheiß Waffen gedöhnt auf, Alter. Ihr blöden Wichser. Ey, Mann. Ey, zweimal ballert. No, 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 no. Ich werde doch lieber den Sand King nehmen sollen. Ich liebe den Sand King. Schon wieder verkackt. Toxic hat das ja zum Glück. Toxic, hau ihn weg, Mann. Ey, Toxic. Warte, ich, nein, nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, weil diese Kamera gerade ein bisschen kacke ist. Ich muss hier ein bisschen langsamer rüberfahren. Okay, okay, okay. Ich bin noch... In dein Gesicht. Ich bin noch on the road again. Oh. On the road again. Ich will dich noch mal tanzen sehen. Wow. Hoch mit dir. Yo, was ist denn? Alter, 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 alter. Wow. Scheit. Ey, der bounced aber auch durch die Gegend da in dem World Ride. Das ist... Voll gerade. Nein, ey, ich habe es schon wieder nicht. Sehr peinlich. Doch, ich habe... Ich habe den Punkt eingenommen. Für mich ist alles okay. Hör auf mit dem Scheiß... Alter, hab... Hey, das ist so für ein... Oh, Mann. Für ein Arsch, dieser Scheiß Lenkraketenwerfer, ne? Wieso hast du mit dem? Los, knall dich doch mal weg! Gilly, weg! Dieser Deko, gib mir so auf die Nüsse! Oh, Mann. Ey! Ey, everybody likes Nüsse. Everybody likes Nüsse. Wie bist du da hochgekommen? Ach so. Hä? Alter. Hä? Mieser Wichs, Chaco, Alter. Lauf mich, ey! Oh! Wow! Ey! Wico ist so ein Schubler-Wichser! Okay, das war jetzt ein bisschen zu hart. War dann ein bisschen zu oft. Ein Schubler-Wichser? Aber Mabossa ist ja auch nicht da. Der ist so schlecht, dass ich dir nicht abschießen kann. Ja, ist mir doch egal. Neugierig. Weißt du, ich habe endlich mal die Chance, hier irgendwie ein bisschen weiter davon zu kommen. Was passiert? Aber du warst doch Zweiter, oder nicht? Ja, und? Kommt der Loser? Alter, ich habe dich gerettet! Ja, Mann! Weg mit dir! War es da schon das Ziel? Ja! Oh, dem Ziel habe ich Toxic-Wichser weggegangen! Boom! Nice! Aber das tut mir echt leid. Das war nicht mehr geplant, Mann. Los mich die ganze Zeit! Gut, Chachos, das war die erste Map. Das war ein bisschen kurz. Wir haben auf jeden Fall noch eine Zweite dran. Bis gleich! Bis gleich! Muchachos, herzlich willkommen zur zweiten Map. Das ist ja eine richtige crazy Map. Wir spielen das erst mal mit dem Fagio. Das ist eine Art Parcours-Map. Erstmal hier, alle ins Gesicht. Mann, hier, gönnt euch! Gönnt ihr selber! Kleiner Insider-Joke. Der Fagio ist das einzige Fahrzeug bei GTA 5, das ich getunt habe. Handsome? Ja. Das konnte sich der Junge noch leisten. 30 Dollar hatte der Junge noch in der Seitentasche liegen. Ja, dann konnte ich ihm noch einen coolen Rennstreifen geben. Das ist eine Level-Agent, die ist glaube ich, ich glaube zu 30% war das weiter empfohlen worden. Link dazu habt ihr natürlich auch in der Beschreibung zum selber zocken. Jetzt bin ich aber erst mal gespannt, was das denn für ein Renn-Man. Sieht ja aus wie so ein pizza-Boote, ne? Bringleleen! Die pizza liefern bitte! Wie langsam die Karre ist. Pizza, pizza! Super Start! Pizza, pizza! Ich wollte gerade sagen, warum ist Mavi so schnell, alter? alle von mann so lang ist und ich hatte den checkpoint wir fahren voll die falsche richtung das ist mir wenn wir haben es denn dieses scheiß ding er hat mich einfach um nur klar ich glaube es geht der kurs bringt jetzt nichts das bringt hier nichts verliehen doch ab das bringt hier nichts das bringt hier nichts ihr wisst ganz genau dass keiner von euch hier hochkommen wird los hoch alter der schneckentempo und toxic cruised jetzt hoch ne der kleine hund ey man ist einfach so relaxes auf verzieh dich ist mein Mofa oh man okay ey ganz ehrlich wir fahren alle gleichzeitig hoch ey 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 er schummelt nein ja man schnell selber schummeln ich habe mich schon so gefreut los los ja mann ihr kommt hier niemals hoch ihr miesen Fickraten okay ich mache es jetzt wie es sein soll mit dem Roller okay nein ich wurde abgeknallt nein ich wurde abgeknallt ja aber du es abknallen wolltest Kollege ich habe überhaupt niemanden abgeknallt ich dachte der erste der hier an ey ey so die machen das jetzt nochmal alle zusammen ja ich mache das jetzt auch ja okay und jetzt wird alle auf keiner schießt ich will wissen wie das funktionieren soll ey überhaupt doch hier liegen immer die ganze scheiße Roller rum ey so ich gebe Gas ich gebe Gas ey der roll rückwärts los anschubsen ist das dein ernst wie viel PS hat der oh ja 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 ja hey wie ey das ist wieder abgebremst ne los ey jetzt muss ich wieder nein nein es gibt Gas ey Deko man ey ich kann nein 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 ich reue runter oh man ich kann ja nicht mehr Respawn weil ich dann wieder oben bin oh nein oh ich hänge fest ich hänge fest eindeutig oh kacke 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 aber diesmal ging es eigentlich ganz gut was hä wo ist denn Deko nimm mir aus dem Weg ich bin Künstler ach da hinten nein ey Deko komm schon hoch ich mach was drauf du scheißkarre hä mach ein Wheelie nein was der kann ja gar nichts ich darf es auch sagen ich fahr da mit dem Wheelie hoch aber das hat nicht geklappt nein 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 ach kacke oh man ich muss wieder zurückkommen nein was ist das ey nein was ist das nein 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 ich bin in 10 Minuten bei euch ey ganz ehrlich ich fühl mich grad wie die Schnecke Gary von Spongebob ganz ehrlich ich weiß den ey Deko hat es aaaaaaah Deko männlich hu 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 und nein ey ganz ehrlich wie hat der Junge das geschafft man ich glaub so 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 Alter kann ja auch richtig schnell sein ja mann ich hab's auch daddy oh nein oh nein oh nein damit mir ja nicht vorgeworfen wird ich würde schieten deswegen was Alter hier ist ne Trampe äh ich hab's auch hopp Alter sag nicht da muss man schnell sein für Alter also bei zwei Versuch hast du es noch nicht geschafft ich hab's auch ich hab's auch verkackt dadurch oh oh mann ey ich komm schon wieder nicht rauf Robossa muss wieder hier seine Skill zeigen Robossa muss wieder hier seine Skill zeigen vorne kommt ich hab einfach ne rückwärtshalte gemacht ich hab einfach ne rückwärtshalte gemacht wo ist denn, wo ist denn eigentlich Toxics schon wieder? hä ich hab ne rückwärtshalte gemacht da wo ich die gerade rumgepummelt hab ah ich verstehe ich verstehe jetzt falle ich rückwärts runter ganz ehrlich ich muss hier Radio anmachen das kann ja Maximum Speed geht ja mal gar nicht was kannst du nicht? dass hier grad kein Radio hatte mit dieser trockenen Mühle guck mal wie er tryhardt so trocken wie dein Loch dein Schmutzloch ja es ist trocken Deko ist immer voller Samen ey ey ich hab's davor mega easy geschafft und jetzt auf einmal nicht mehr komm Wheelie hier sind die Badasses yo Alter yo Alter wie schnell wird der denn wenn man Wheelie macht? oh nein da hab ich ja gar nicht mit gerechnet warte mal alles nochmal von vorne alles ich muss noch mal ein Wheelie machen es ist aber so schnell Mann ja oh kacke wuh hat Deko es? yeah hat Deko hat och man weil ich davor hingefallen bin ey ich war da schon drauf ne ich fange mal in los ihr habt es bei mir gesehen ich war da schon drauf ich war da schon drauf und jetzt so ne kacke hier gib Gas man alter viel zu weit ok hallo Deko Papa ist wieder da da bringt auch keine Schusswaffe BAM man what's your fucking problem ich steh mit BOOM also wie mein Zimmer gerade halt ey ganz ehrlich wenn man Wheelie fährt dann ist der schneller als ne Akuma fast komm jip joss ok ich bin drauf endlich ganz ehrlich auf dem Wheelie gibt der wirklich ziemlich Vollgas da hoch muss man muss auf den scheiß Mount Chiliad oder Chiliad das ist ja der typische Fehler naja wir machen das Chilo da hinten kommt Deko mit Maximum Speed Maximum Speed Lol ich bin in den Baum gefahren alter nein bitte 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 hoch ich wusste es ganz ehrlich das ist schon wieder das ist schwach das war der Rachekill hallo das war aber echt schwach dass du abgestiegen bist wir schaffen das so nicht Deko er sagt Rachekill und dann fängt er wieder an mit so ner Scheiße das war der Rachekill Ey, der scheiß Aster, ne? Ey, weißt du, was findest du nicht? Ja! Ey Papa, schaffst du nicht? Wir hatten eben gerade, als ich gekillt hatte, mit Gleichstand. Ja und dann schießt du weiter auf mich! Jetzt bist du wieder ein Kill vorne. Nein! Aber ich kriege dich, mein Lieber! Dieses Ding ist einfach so unfassbar langsam. Könnten sie es auch auf den Gleichstand belassen? Ich war ja schon fast oben. Können wir machen, wenn wir beide den Checkpoint haben. Ich warte auf meinem Checkpoint. Ja, warte mal beide auf mich. Ey! Hast du davon, mein Lieber! Das hast du davon! So, da oben warte ich echt auf dich, Diko. Echt. Jetzt ohne Shit. Dass du immer so die Spielregeln neu definierst! Guck mal, da kommt der Toxic selbst sogar schon! Guck mal, da kommt der Toxic selbst sogar schon! Jetzt sind wir ja wieder, wir sind alle wieder da. Ey, Mann! Hast du gesehen, was uns das kostet hat, was du mal machst? Witzig verarscht! Ich habe keinen mal den Raketenwerfer benutzt! Ich habe ihn nicht mal! Ey, ich komme echt nicht hoch, ne? Faster! Faster! Komm Toxic, hol dir den Punkt! Warum fährt er rückwärts? Was? Er gibt keinen... Fick dich! Los! Nein! Das sind solche Wigschummler, ne? Nein! Ich habe den... Ja, was willst du jetzt, Diko? Was willst du jetzt, Mann? Ja, zieh! Was? Der ist explodiert! Nice, Alter! Ich habe... Als ich tot war, habe ich noch G gedrückt! Ich glaube aber, ich habe... Vielleicht habe ich den mit den Schüssen noch... Ich glaube auch! Oh nein, ey! Was ist das denn für ein Muschi-Ding? Den Fagio? Nie wieder! Der Mann, der fährt einfach rückwärts! Ganz ehrlich! Neuer Trick! Neuer Trick! Die ganze Zeit 5 und 8! 5 und 8 die ganze Zeit! Alter, bei mir hat das gerade Wunder bewirkt! Ha? Habe ich eine neue Technik? Fick dich, Toxic! Wie war das nicht? Ich bin hier ganz hinten noch! Ich habe genau gesehen, dass du C4 hingelegt hast! Habe ich es nicht! Hey, ich komme hier nicht hoch! Ja, da füllen wir auch die Technik! Weil das irgendwas bringt... Oh nein! Okay, hat doch nichts gebracht! Alter, komm wo ich spawne! Komm bitte wo ich spawne! Fahren Sie bitte hoch! Ey, ich schaff's doch nicht hoch! Die Steigung! Ey! Fick dich! Fick dich! Ich komme da nicht! Ey! Du hast auf mich auch gezielt! Das ist doch... Ey, das ist doch nicht... Wer hat diese Map entwickelt? Der gehört echt gezweiteilt! Alter! Alter! Was ist denn hier los?! Los! Alter! Dieser Deko, ey! Los zur Seite! Ja! 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 Es war so knapp an meinem Kopf vorbei! Alter! Komm bitte! Die Punkte alle zu Fuß ein! Los! Wer macht das zu Fuß? Jilly! Was? Warum?! Ich bin hinter dir! Warum machen sie das zu Fuß? Weil du zu Fuß hier hochgelaufen bist! Please! Du hast auf mich geschossen! Du schießt schon wieder auf mich! Weil du mich abgeschossen hast! Weil ihr mich die ganze Zeit abgeballert habt! Aber das ist ja noch regelkonform sich abballern! Ja! Hab ich auch gemacht! Das war... Ich rolle rückwärts! Ich hab eh verkannt! Oh! Oh! Ja! Alter! Was ist das?! Das... Ey! Das ist echt das... Das... Das lahmste Rennen! Ever! Okay! So wie jetzt? Quit Deko? Wir... Wir müssen eigentlich auf... Auf Marvin gehen, Mann! Hallo! Ihr müsst euch selber abknallen! Ne! Wir müssen auf dich gehen! Weil du weiter vor uns bist! Ich frag... Ich frag ihn auch! Sind wir jetzt endlich Quit Deko? Wir sind sogar Quit Deko! Ja! Ich hab nichts gesagt! Du kannst ja überhaupt... Ja! Der Deko ist schon assi! Der Deko... Ist ein Schlitzohr! Wer hat wie viele Kills? Gop! 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 Wir müssen fast wetten, dass du mich ein oder zwei mehr gekillt hast! Nein! Du hast mich mehr gekillt! Ja, Mann! Wir sind schon so weit vorne! Dude! Wir haben die Technik drauf einfach gerade! Deko rennt einfach jetzt den Fuß unter dir her! Was sind ihr denn für Muschis, ey! Ja, wir kommen da nicht mehr vorwärts! Wir schießt uns jetzt gegenseitig ab! Ja, dann schießt euch doch nicht gegenseitig ab! Ja, Deko will ja nicht aufhören! So! Was ist denn das hier?! Oooooookay! Ganz ehrlich, man müsste die eigentlich ohne... Nein! Nein, 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 nein! Bitte nicht! Ey Deko, das ist kein Deathmatch hier! Ja, Mann! Man müsste es ohne Deathmatch oder ohne Waffen machen, weil dann könnte man ja nicht absteigen! Jetzt schon wieder? Okay, sind wir jetzt... Hören wir jetzt auf? Ich hätte jetzt aufgehört, ja! Okay, dann höre ich jetzt auch auf! Loosh! Das sind die Mechanics! Ich spawne jetzt auch, um mir meinen Roller zu holen! So! Ey, dieser Roller ist so scheiße! Was ist das mit dir?! Ey, ganz ehrlich, der Roller ist sowas von für'n Arsch! Ich meine, am Anfang war es auch ganz lustig, ne? Jetzt aber diesen scheiß Berg hier hoch... Das ist immer sowas von hässlich! Und jetzt müssen wir die ganze Zeit geradeaus! Ey, das geht doch einfach nichts hier! Come on! Full Speed! Alter, sind wir grad schnell? Bam! Ich glaube, wir sind grad richtig schnell! Ja, tatsächlich, wir sind gleich bei einer Stelle! Da werdet ihr euch so oft abknallen, wenn ihr keinen Friedensvertrag macht! Wir haben einen Friedensvertrag! Deko, oder? Ja! Ja! Seid ihr sicher? Wie Marvin wieder Misstrauen sehen will! Hehehehe! Hehehehe! Alter, was ist denn? Wir sind ja schon hier für eine Strecke! Please! Los, weiter! Wheelie! Wheelie! Und... Haben wir! Wow! Nein! Warte, müssen wir nach unten? Wir müssen sogar nach unten! Aber erstmal respawnen! Erstmal respawnen! So! Wo? Wieder zurück! Dreckige Scheiße! Wie kann man eine fucking Faggio-Map im Gelände machen? Echt? Wieder zurück? Was ist das denn? Ist das dein Ernst? Please! Hehehe! Deko! Ich hab die Trichting raus! Einfach Digger, sein Wheelie weg! Wheelie weg! Wheelie weg! Hehehe! Ich hab ja auch schon davor gesagt! Hehehe! Hehehe! Loos! Mobasa kommt! Mobasa kommt sogar! Fucking full speed! Hehehe! 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 Was denn? Ich bin zur Seite weggerutscht! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Hehehe! Du bist doch an mir vorbeigegrast! Ja! Und dabei bin ich den Belk runtergefallen! Hehehe! Hehehe! Jetzt! Nicht! Nerven! Mal! Boas! Er ist unterwegs! Wuh! Das ist Toxic! Wo? Wo? Hehehe! 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 Deko Mann! Hehehe! Oh! Das ist auf jeden Fall schon mal wer nicht erster wird! Hehehe! Hehehe! Das ist doch nicht mehr! Dein Ernst jetzt! Der kann ja Toxic nicht dafür! Deswegen fahr ich wieder einfach weg! Ja! Ich fahr auch einfach mal hier vorbei! Hehehe! 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 Jilly! Du darfst mal Bossa nicht vertrauen! Wir werden es aber nie schaffen! Nie! Warum hattet ihr mich so? Weil du mich gerade mies gefickt hast! Gefickt?! Hehehe! 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 Hey Deko! Don't be Hayden! Hehehe! Ich hab es geschafft! Ich will noch drauf! Ja toll, dann kommst du aber trotzdem ins Ziel Ich lass dich jetzt in Ruhe Marvin, wenn du mich in Ruhe machst Nein, zerstör ihn! Nein, ich bin nett, aber ich will irgendwie auch mal ein Parcours irgendwie andersweise schaffen Okay, komm! Gilly, fahr du rechts, ich fahr auch rechts Also, ist ja spiegelverkehrt Ja, ich fahr rechts Ich fahr jetzt rechts, du auch, dann kicken wir uns nicht zur Seite weg Nein, ich mach wirklich nicht, aber du auch nicht Okay Und jetzt kommen wir zum, zur Königin Deko Ich fahr rechts Das ist so Ich fahr rechts Wir müssen uns doch noch aufbomben Du mieser Ficker Alter, was macht ihr denn? Endlich Zuerst, also bei mir war es die erforderliche Explosion Oh, jetzt muss ich wieder dahin? Als ob, du hast das doch eh durchgeschaut Ey, ich muss die Strecke schon wieder fahren Warum? Ey Wir haben dich doch gar nicht erwischt mit den Dingern Nein, ich mein ja, wieder fahren Nochmal Also, muss ich wieder zurück? Ja Loll Loll Wirko, ich bin recht So cool und einfallsreich So, ich fahr auch wieder rechts Was für eine Map ich lieber spielen würde Ganz ehrlich, zockt ihr mal mit euren Kollegen Das ist so eine richtige Troll Map Ich bin mal gespannt, wenn ihr den den GTA Modus drin habt Ob das so friedlich ist wie bei uns Alter, wie wie Toxic da angerauscht kommt Wie du wirklich runterprügelt ist das mega witzig Hä, muss der jetzt wieder hoch? Alter, wie bist du denn? Ey, das sah richtig geil aus Du hast so einen Drift gemacht Aber erst mal an mich abknallen Das war ein Picker Ich hab die Reifen zerschossen Hast du? Stimmt Aber ich kann trotzdem noch fahren Schade Ja Und jetzt wieder da hin Endlich Finally Finally Nein Warte mal Dann hab ich den Punkt nicht bekommen Ich hab den Punkt nicht bekommen Das ist dämlich Jetzt war Jilly Erster Oh man, war doch schlecht bei mir Geil Marvin kommt da doch von vorne angerast oder nicht? Nein Oh man Marvin Ist das mein Erster Amt Platz oder was? Ey Das ist mein Erster Amt Platz Ich darf ihn mich nicht versauen lassen Los, voll geht's Ey, wie kann ich denn da runterfallen? Das war bei Dick und mir die Reifen zerschossen hat Der miese Kräutergärtner hier Nein Alter, ich darf jetzt nicht runterfallen Wir hingen jetzt ein bisschen mit dem Hüten hier Warum tust du das? Ich war sogar Fullspeed Wie hast du das hinbekommen? Scharfschützengewehr Wenn du im Fullspeed einfach nur gerade von mir wegfährst Dann fährst du einfach nur gerade vor mir Ey Warum tust du so? Ey Deko, wir werden diese Map nicht mehr Wir werden sie einfach nicht haben Jetzt ist da auch noch so ein Scheiß Motorrad im Weg Ja ey, ist ja so schwer einfach da vorbeizufahren Man muss ja springen hier hinten Nein Er fährt einfach runter Weil das Motorrad im Weg ist Oh please Marvin Hä? Man muss hier hinten springen, das wisst ihr ne? Was? Man muss hier hinten noch mit dem Scheiß Ding springen Was? Man muss hier hinten noch springen Was? Man muss hier hinten noch springen Was? Ich werde 100% letzter Das kannst du schon mal nicht werden weil ich immer noch bei der Position bin Ja man muss hier hinten trotzdem springen Oh man ey Deko, ganz ehrlich Das war einmal zu viel Was? Ich hab dein Nille gefickt Alter ich komm da nicht hin Deko ist drin Alter Okay man muss relativ weit springen Ja Echt? Was? Come on do it! Deko hat Selbstmord begangen sehe ich hier die ganze Zeit nur? Ey warum? Nein ich mach nichts Das ist doch nötig Wait, ich war zur Seite Danke Ich hab den Punkt schon wieder nicht bekommen Ist das dein Ernst? Und? Was machst du denn? Ich war so schnell weil ich Angst hatte dass Deko wieder irgendwas geplant hat Ich hab 100%ig überhaupt nichts gemacht Ich hab's! Dekos Erster Nee 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 nee